die verpackung der liebe ist im kopf die verpackung der liebe ist im kopf und die liebe selbst ist in deinem gefühl merken sie das entweder in die liebe haben im gefühl oder die verpackung beides sind natürlich perfekte ja aber wenn du nur eins haben kannst entscheide dich für das gefühl und die liebe die pure liebe ohne das ist das leben